Job Coaching – Step-by-Step zu deinem Job Du suchst einen Job oder einen passenden Ausbildungsplatz? Überlass nichts dem Zufall. Im Jugendservice bist du genau richtig. Das Jugendservice gibt es 14 Mal in Oberösterreich. Einfach deine nächste Regionalstelle auswählen, Termin mit deinem persönlichen Jobcoach vereinbaren und los geht's. Step 1 – Steig ein Lerne deinen persönlichen Jobcoach kennen und legt gemeinsam deine Ziele fest. Step 2 – Check yourself Dein Jobcoach analysiert deine Stärken und Fähigkeiten. Eine gute Basis, um zu entscheiden. Lehre, Schule oder was ganz anderes. Step 3 – Jetzt geht's los. Jetzt beginnt die Suche nach der passenden Lehrstelle. Dein Jobcoach hilft dir, deinen Lebenslauf und dein Motivationsschreiben zu gestalten und das Bewerbungsgespräch zu üben. Das sind perfekte Voraussetzungen, um vorstellen und schnuppern zu gehen. Step 4 – Geschafft! Super! Gratuliere! Dein Jobcoach bleibt auch weiterhin dein Ansprechpartner. Melde dich bei Fragen in deinem Jugendservice. Das Jugendservice des Landes Oberösterreich gibt es 14 Mal im ganzen Bundesland. Komm auch du vorbei. Hol das Beste aus dir raus. Jugendservice AT – Deine Infos Eine Initiative von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. K Crist Sellers Budge D인이 von Landeshauptmann Thomas Stelzer que parenting hatte Du bist – Oh! He Wolverines Barimir